Oh, endlich bin ich fertig. Wenn ich mich, Yasuto Take-Noshita, in einem Wort zusammenfassen sollte, dann wäre es Unternehmenssklave. Nach meinem Studium bekam ich einen Job in diesem kleinen IT-Unternehmen und das war der größte Fehler meines Lebens. Von dem Moment an, als ich diesen Job begann, wurde mir die Verantwortung für mehrere Konten übertragen. Mittlerweile kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich die Arbeit pünktlich verlassen habe. Ich bin so erschöpft, dass ich nicht weiß, ob ich es überhaupt bis zum Bahnhof schaffe. Vielleicht ruhe ich mich lieber aus, bevor ich nach Hause fahre. Der nächste Zug kommt eh erst sehr spät. Ich fiel sofort in den Tiefschlaf. 30 Minuten später... Na nun, mich ruft wer an? Ich bin wohl eingeneckt. Ach, und es ist ein Anruf von Frau Shinohara. Ja, hallo? Take-Noshita, Sie sind nicht zufällig noch im Büro, oder? Ja, tatsächlich. Perfekt. Würden Sie bitte auf meinem Schreibtisch nachsehen, ob ich Papierkram darauf liegen gelassen habe? Ähm, außer einem sehr ordentlichen Schreibtisch sehe ich nichts. Wenn das so ist. In Ordnung. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich einige wichtige geheime Dokumente dort liegen lassen habe. Oh, verstehe. Ich bin überrascht, dass jemand, der so perfekt ist wie Frau Shinohara, sich solche Sorgen macht. Ach, da wäre noch etwas. Warum sind Sie noch im Büro? Oh. Ich habe meine Arbeit vor der Deadline fertig bekommen. Nur war ich danach so kaputt, dass ich mich kurz ausgeruht habe. Okay. Wenn Sie fertig geworden sind, dann gehen Sie bitte nach Hause. Es ist eine schlechte Angewohnheit, manchmal so sorglos zu sein. Äh, es... es tut mir leid. Gut, seien Sie vorsichtig. Ich lege dann mal auf. Äh, ja, danke. Gute Nacht. Selbst wenn es reiner Zufall war, hätte sie mich nicht angerufen, hätte ich vielleicht meinen letzten Zug nach Hause verpasst. Okay, gut. Ich sollte mich auf den Weg machen. Moment mal, warum liegt da eine Decke auf meinen Schultern? Ich war alleine, als ich einschlief. Ist jemand gekommen und hat sie über mich gelegt? Ich wüsste nicht, wem sie gehört. Ich falte sie mal lieber zusammen und hinterlasse sie mit einer Notiz auf meinem Schreibtisch. Ich fand nie heraus, wem die Decke gehörte, doch hinterließ ich eine Notiz mit einem Danke drauf, bevor ich dann nach Hause ging. Am nächsten Morgen? Guten Morgen. Morgen. Haben Sie gestern den letzten Zug noch erwischt? Ja, dank Ihnen. Ich habe es gerade noch so geschafft. Mensch, das freut mich. Ich weiß, wie müde Sie sind. Allerdings müssen Sie sich zusammenreißen. Pff, die Decke, die ich auf meinem Schreibtisch liegen ließ. Sie ist weg. Hätte ich Sie nicht bei Zufall noch erreicht, hätten Sie Ihren Zug vielleicht verpasst. Verzeihung, ich gebe mir Acht. Ah, Taken no Shita kriegt wohl wieder Ärger. Ja, ich weiß, Frau Shinohara ist besonders streng mit ihm. Stimmt, vielleicht mag sie ihn ja und schenkt ihm deshalb so viel Aufmerksamkeit. Geht zwar da drüben. Hört auf mit euren albernen Unterhaltungen und geht wieder an die Arbeit. Ja, Ma'am, es tut uns leid. Es stimmt zwar, dass sie härter mit mir ist als bei den anderen, doch liegt das sicher nicht daran, dass sie mich nicht leiden kann. Taken no Shita, ich kann mir das unmöglich vorstellen. Aber ich hoffe, dass Sie meine Absichten nicht missverstehen. Oh, natürlich nicht. Ich weiß, dass Sie deshalb besonders streng mit mir sind, weil ich in vielerlei Hinsicht noch unerfahren bin. Genau. Wenn Sie das selbst erkennen, sollten Sie härter arbeiten, um mitzuhalten. Ja, Chef, ich lege mich mehr ins Zeug. Was? Diese Decke, das ist die von gestern. Oh, warum werden Sie denn plötzlich so laut? Ah, Entschuldige, es ist nichts. Es ist noch so früh. Wollen Sie uns alle wach erschrecken? Sch-schuldig, nicht meine Absicht. Diese Decke gehörte wohl Frau Shinohara. Doch fällt es mir schwer zu glauben, dass sie mich zudecken würde. Aber wenn ich sie jemals danach fragen würde... Bitte was? Was reden Sie da? Sind Sie noch am Träumen? Natürlich würde sie das sagen. Am Ende konnte ich nicht fragen oder herausfinden, wer die Decke über mich gelegt hatte. Und zwei Wochen vergingen wirklich wie im Flug. Oh, ich habe es geschafft, mal etwas früher fertig zu machen. Trotzdem ist es 22 Uhr. Ach gut, ich bin nicht so müde wie letztes Mal. Ich sollte mich fertig machen. Warte, spielen mir meine Ohren einen Streich oder habe ich gerade gehört, wie die Tür aufging? Wer kommt denn so spät noch ins Büro? Oh je, ja, Soto schläft schon wieder. Das geht so nicht. Selbst wenn du Feuer und Flamme beim Arbeiten bist, holst du dir noch eine Erkältung. Hä? Wer ist das? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich meine Kollegen mit Vornamen ansprechen. Ich muss ihn wohl wieder anrufen, bevor er noch seinen Zug verpasst. Ah, er ist so kindisch. Moment mal, sie hat sich neben mich gesetzt und diese Stimme, ist das... Frau Shinohara? Warte, hat sie mich gerade etwa wieder zugedeckt? Wenn du weiter so süß bist, küsse ich dich noch, wenn du nicht aufpasst. Nein, so... Nein? So etwas würde Frau Shinohara auf gar keinen Fall sagen. Deine Haare sind so flauschig. Wenn ich ihn zu sehr berühre, wecke ich ihn vielleicht. Ich muss vorsichtig sein. Das kann auf keinen Fall Frau Shinohara sein. Könnte ich doch auch nur nett zu dir sein, wenn du wach bist. Verzeih mir, dass ich so ein grimmiger Chef bin, Yasuto. Ist das wirklich das, was sie für mich empfindet? Mann, ich mag ihn so sehr. Warum kann ich nicht einfach ehrlich mit ihm über meine Gefühle sein? Warte, wow! Sie mögen mich? Was? Nichts, das wollte ich nicht. Aber ich konnte meine Reaktion nicht unterdrücken. Seit wann bist du wach? Äh, eigentlich habe ich nur einen Moment meinen Kopf abgelegt. Ach so. Nun dann, ich sollte jetzt gehen. Halt, warten Sie. Warten Sie bitte einen Moment. Äh, ich habe eine Menge Fragen. Aber zuerst, diese Decke gehört Ihnen, richtig? Und Sie haben sie mir auch letztens über die Schultern gelegt, oder? Ja, das stimmt. Ich danke Ihnen. Und der Grund, warum Sie mich angerufen haben, war, dass Sie sicher gehen wollten, dass ich meinen letzten Zug nicht verpasse, oder? Ja. Damals kam ich zufällig ins Büro zurück, weil ich mir Sorgen machte, dass ich wichtige Unterlagen auf meinem Schreibtisch vergessen hatte. Aber dann sah ich dich an deinem Schreibtisch. Und du sahst so ruhig aus, dass du ein Nickerchen gemacht hast. Also legte ich die Decke über dich und ging nach Hause. Verstehe. Ich danke Ihnen vielmals. Das bedeutet, dass sie bereits wusste, dass sie den Papierkram nicht vergessen hat. Aber sie rief mich nur an, um sicher zu gehen, dass ich nicht verschlafen und meinen letzten Zug verpassen würde. Sie ist sonst so streng mit mir, aber das war wirklich nett von ihr. Das war doch gar nichts. Ich habe dich nur angerufen und die Decke über dich gelegt, weil es unangenehm wäre, wenn du krank wirst. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Warten Sie bitte. Miss Shinohara, haben Sie mich vorhin beim Vornamen angesprochen? Außerdem, Sie meinten, dass Sie mich mögen und haben mir den Kopf gestreichelt. Das musst du geträumt haben. Was? Ich habe nicht geträumt. Ach, das kann gar nicht sein. Sie müssen wohl gerade Traum mit Realität vertauschen. Wie ich schon meinte, ich bin nie eingeschlafen. Tja, das... das war's dann wohl. Es ist vorbei. Das ist mein Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so erwischt werde. Mein Leben ist vorbei. Ich sollte nach Hause gehen und am besten kündigen. Was? Aber was reden Sie denn da? Na, würden Sie so jemanden als Chef haben wollen? Aber das ist doch voll in Ordnung. Ich freute es, dass Sie mich beim Vornamen genannt haben. Auch wenn ich erst ziemlich verblüfft war. Was? Im Ernst? Ja, wirklich. Nur wenn Sie schon so denken, wäre es schön, wenn Sie etwas netter sein könnten. Ich wundere mich auch, wie sehr Sie nur zu mir so streng sind. Ich kann nicht genau sagen, warum. Eigentlich sollte das ziemlich offensichtlich sein. Sie meinten vorhin, dass Sie eigentlich nicht so streng sein wollen und wie sehr Sie mich doch eigentlich mögen. Nein, halt. So ist es nicht. Was? Stimmt es nicht? Doch, Sie liegen vollkommen richtig. Es ist nur so peinlich. Posaun ist nicht so raus. Wie auch immer, ich sollte nach Hause. Bitte, vergiss einfach, was passiert ist. Wenn ich das so stehen lasse, habe ich das Gefühl, dass alles nur noch komplizierter wird. Frau Shinohara, es hat mich glücklich gemacht und ich möchte nicht vergessen, was passiert ist. Wenn Sie Ihre Gefühle mir nicht auf der Arbeit zeigen wollen, wollen Sie nicht mit mir ausgehen? Wie? Eine Verabredung? Ja, außerhalb des Büros müssten wir uns nicht verstecken. Zudem, ich würde mich liebend gerne bei Ihnen richtig bedanken. Nun, es wäre unhöflich, Nein zu sagen, wenn Sie mir danken wollen. Gut, ich habe wohl keine Wahl. Wirklich? Oh, vielen Dank. Wie wäre es mit nächsten Samstag? Sicher, ich hätte Zeit. Ich lasse dich entscheiden, wo wir hingehen. Klar, verstanden. Sie nahm Ihre normale Haltung wieder ein. Ich machte mir von dem Abend auf an, bis zu unserem Date, wo wir hin könnten. Ich habe keine Ahnung, wohin ich sie hinbringen soll. Wenn sie wirklich so ist wie auf der Arbeit, würde sie vielleicht was Ernsteres mögen. Aber gleichzeitig basierend auf die Art, wie sie sich verhielt, als sie dachte, dass ich schlafe, denke ich, dass etwas Spaßiges besser wäre. Ein Katzenkaffee klingt doch gut, aber wenn sie eine Katzenallergie hat, wäre das erschrecklich. Mann, desto mehr ich nachdenke, desto schlimmer klingen meine Ideen. Es hat keinen Sinn, mir den Kopf zu zerbrechen. Ich sollte vielleicht über einen Kinoabend oder Abendessen nachdenken. Der Samstag kam im Fluge. Ich war von meinem Plan nicht ganz überzeugt. Ach, wenigstens konnte ich vor ihr hier sein. Na nun? Das Mädchen da unter der Uhr ist ja schnuckelig. Sie sieht vom Typ zwar anders aus, aber sie ist genauso hübsch wie Frau Shinohara. Hey, warum hast du dich neben mich gestellt, ohne etwas zu sagen? Hä? Was? Moment mal. Mit Shinohara? Sie sind das? Hast du mich nicht erkannt? Verzeihen Sie mir, Sie sehen so anders aus als sonst. Wirklich? Na ja, ich bin immer noch die gleiche Person. Äh, also, Sie sehen zwar immer umwerfend aus, aber heute, nun ja, Sie sind so putzig. Tragen Sie außerhalb der Arbeit immer so etwas? Ja, ich liebe es, mich so zu kleiden. Passt es nicht zu mir? Wenn es dir nicht gefällt, gehe ich gerne zurück und ziehe einen Anzug an. Ah, nein, Ihre Frisur und Kleidung ist echt schick. Oh, meinst du? Das freut mich. Sie schimpft zwar oft, weshalb ich dachte, dass sie ein bisschen verklemmt sei, aber wenn ich sie so ansehe, glaube ich, ist sie eher von der süßen Art. Na dann, lass uns losgehen. Ich dachte, wir könnten uns einen Film ansehen, wäre das okay? Sicher, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Was hast du für uns ausgesucht? Ich dachte an einen Horrorfilm. Horror? Ja, der mit dem einen Typen und dem Mädchen, was aus dem Fenster krabbeln tut und immer sieben Tage sagt. Aber wenn Ihnen das zu viel ist, ist das völlig in Ordnung. Was? Nein, das geht schon. Am Ende haben wir uns den Horrorfilm angesehen, aber... Miss Shinohara, ist alles okay? Alles okay? Frau Shinohara, ich wusste nicht, dass Sie nicht gut mit Horror sind. Sie haben ja die ganze Zeit wie erbittert meine Hand gehalten. Ich habe das Gefühl, dass ich eine ganz andere Seite von ihr sehe. Oh nein, es ist nur... Ich bin etwas schräghaft bei lauten Sachen. Wenn das so ist, wollen Sie noch einen weiteren bei mir zu Hause sehen? Hey, du bist gemein! Verzeih mir, es ist nur so lustig, dein wahres Ich zu sehen. Ist das denn wirklich so lustig? Irgendwie schon, du bist süß. Eigentlich dachte ich immer, dass du erwachsene Frauen, die Reife zeigen, eher magst. Hä? Wann meinte ich das denn? Du hast das bei unserem Firmenouting gesagt. Oh je, du hast das gehört? Ich erinnere mich, meine alten Chefs haben mich nach meinen Präferenzen gefragt und ich meinte einfach irgendwas, damit sie Ruhe geben. Es war mein erstes Jahr im Unternehmen und auch wenn ich das so meinte, habe ich an sie gedacht. Das mag zwar stimmen, doch finde ich Frauen mit einer süßen Seite sogar noch attraktiver als jemand super organisiertes. Wirklich? Ja, deshalb hatte ich gehofft, dass sie mir diese Seite von ihnen mal zeigen würden. Zumindest an unseren freien Tagen, wäre das in Ordnung. Hm, wenn du mich schon so lieb fragen tust. Einverstanden. Wollen wir nun zu meinem Lieblingsort? Echt? Ja klar, lass uns gehen. Ich folgte Frau Shinohara und wir kamen an in einem... Ähm, wo sind wir hier? In eine Tierhandlung natürlich. Ich komme gerne hier an meinen freien Tagen her. Ach, wieso denn? Haben Sie selbst ein Haustier? Ich würde gerne eins haben, doch mein Vermieter erlaubt es nicht. Ah, also sie kommen her, um die Tiere zu besuchen. Ja, auch wenn ich wirklich gerne eins hätte. Ich gehe auch gerne in Katzencafés. Oh, ernsthaft? Verdammt, hätte ich das gewusst, hätte ich sie zu einem mitgenommen. Was ist mit dir, Herr Suto? Magst du Tiere? Ich liebe Tiere. Ich habe eine Katze. Hier, sehen Sie ein Foto. Oh, sie ist ja so süß. Wenn sie mögen, können sie gerne mal vorbeikommen. Sie ist sehr menschenfreundlich. Sie würden sie lieben. Wie? Meinst du das ernst? Sicher, sie sind jederzeit willkommen. Aber ja, Suto, du lebst doch bei deinen Eltern, oder nicht? Ach ja, machen sie sich nicht so einen großen Kopf. Wir könnten auch einfach in meinem Zimmer bleiben. Aber wird deine Familie nicht denken, dass ich deine Freundin bin? Oh, schuldige. Mich würde das nicht stören, finde ich. Hätten sie ein Problem damit? Hm, du bist echt gemein. Ich meinte doch schon, wie sehr ich dich mag. Dass du das noch denkst, natürlich wäre das okay. Moment, wirklich? Danke. Nur fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand so streng es mich jemals mögen würde. Zudem mache ich doch nur Ärger. Hm? Gut, ich erkläre es dir. Als du hier gerade neu angefangen hast, mochten mich viele der neuen Kollegen nicht. Was? Das glaube ich nicht. Obwohl, jetzt wo sie es erwähnt, sie hatte den Ruf, sowohl zu ihren Vorgesetzten als auch mit ihren jüngeren Kollegen streng zu sein. Viele haben sich schon oft beschwert. Ich weiß, dass viele hinter meinem Rücken über mich geredet haben. Doch einmal, als ich dringend ins Bad musste, war ich ziemlich verärgert. Dann habe ich gehört, wie sehr du dich für mich eingesetzt hast. Du meintest, Frau Shinohara hat nicht Unrecht und es ist unsere Schuld, dass wir unsere Arbeit nicht richtig gemacht haben. Oh, wirklich? Vielleicht kannst du dich zwar nicht daran erinnern, allerdings hast du vom Herzen gesprochen. Das werde ich nie vergessen. Es war nur richtig. Das ist also der Grund, warum sie mich mag für etwas so Kleines. Ich glaube, du denkst dir, dass es nicht der Rede wert war. Äh, schuldige. Weißt du, unser Büro ist hauptsächlich von Männern besetzt. Ich habe mich so ins Zeug gelegt, damit man mich ernst nimmt. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass jemand meine Bemühungen anerkennt und ich war wirklich glücklich. So ist das also. Jetzt macht alles Sinn. Ja, aber danach habe ich mich dabei ertappt, wie ich dir immer mehr Aufmerksamkeit schenkte. Und ehe ich mich versah, war ich dir gegenüber am strengsten. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, doch kann ich Gefühle haben? Ich danke dir vom tiefsten Herzen. Um ehrlich zu sein, mag ich dich auch. Ich bin so froh. Was? Guck doch nicht zu überrascht. Ich liebe beide deiner Seiten, Michinohara. Amadi, die hart arbeitet, streng ist und zudem ihren Job wunderbar macht. Aber mag ich die Seite, die Katzen liebt, süß wie Zucker ist und Horror nicht mag. Michinohara, wollen Sie vielleicht weiterhin mit mir ausgehen? Machst du Witze? Natürlich will ich. Aber auf der Arbeit werde ich mich nicht anders dir gegenüber verhalten. Ja, verständlich. Durch eine unerwartete Wendung habe ich die Wahrheit über Frau Shinohara herausgefunden. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich kann es kaum erwarten, weiterhin beide Seiten von ihr kennenzulernen.